Musik Unser Tier- und Ökogarten der IGS Peine ist ein großer Schulzoo mit Schulgarten, in dem nicht nur unsere Schüler Unterricht haben können, sondern ganz viele Kindergärten und Schulen der Region uns besuchen und nach den Vorschriften des Kultusministeriums hier Unterricht bekommen können, praktischer Art. Als Naturwissenschaftslehrer bin ich der Meinung, dass man praktischen Unterricht viel besser vermitteln kann, nachhaltiger in den Köpfen der Schüler verankern kann. Es gibt ganz gute Lehrbücher, es gibt supergute Filme, aber die Praxis, das selber tun, das selber begreifen können, ist meiner Ansicht nach das Beste, was man Kindern bieten kann, um vernünftig zu lernen, um nachhaltig zu lernen. Ganz, ganz fettig. Ja, genau, ganz fettig. Und das ist uns wichtig, dass naturwissenschaftliche Bildung nicht Lernen für den nächsten Test ist, sondern Lernen für die eigene Erkenntnisgewinnung, für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Und ich glaube, diesen ganzheitlichen Ansatz in der Bildung, den können wir hier mit diesen Lernbedingungen im Ökogarten ganz toll in die Wirklichkeit umsetzen. Ich glaube, das geht nup Leger. Vielen Dank.